Hallo und Willkommen. Das ist Lesen mit Ludwig. Und jetzt lesen wir Leo Lausamaus hat Spaß im Zirkus von Helmut Lingen Verlag. Oh, Leo Lausamaus hat heute Geburtstag. Das feiert er mit all seinen Freunden. Toll, Leo, du hast es geschafft, alle Kerzen auszuputzen. Wünsch dir was. Prima, dann möchte ich in den Zirkus. Leo Lausamaus und seine Freunde sind auch schon sehr gespannt. Eine Grille hüpft singend voran und alle folgen ihr ins Zirkuszelt. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hoppla, da stolpert ein bunter Clown über seine viel zu großen Schuhe. Das sieht sehr lustig aus. Leo Lausamaus muss lachen. Und sieh nur, mit wie vielen Bällen der Clown jonglieren kann. Bravo! Toll gemacht! Da staunt Leo Lausamaus. So viele Tiere sind in der Mannige. Schau mal, wie mutig das kleine Äffchen auf dem großen Pferd reitet. Weiter so! Schade, der Geburtstag ist vorbei und am liebsten würde Leo Lausamaus gleich morgen wieder in den Zirkus gehen. Aber zum Glück kann er ja davon träumen. Schlaf jetzt schnell und träume gut, kleine Leo. Dankeschön. Das war Leo Lausamaus. Hat Spaß im Zirkus von Helmut Lingen Verlag. Tschüss!